Heute machen wir die zwei neuen Detektiv-Aufträge, die mit dem letzten Update dazugekommen sind. Und der erste ist, wo er hat keinen Hut mehr. Ja, wenn ich so aussehen würde wie du, würde ich meinen Hut auch gerne wiederhaben wollen. So, bevor die Tüche startet, möchte ich dem heutigen Sponsor danken, dem Abo-Button. Und der sieht auch so süß aus, den möchte man doch gerne direkt mal drücken. Außerdem haben nur 10% von euch mich wirklich abonniert, also tut das bitte, denn ich möchte den YouTuber Wilde Pommes einholen. Vielen Dank. Okay, ich bin jetzt drauf gekommen. Es ist die grüne Rutsche im Schwimmbad. Ah, hier ist die Clou. Interact. So you got one right. Well, you won't be able to solve this next one. For the next clue, you might need a hint. It's near bundles of paper, ready to print. Da muss ich ein bisschen überlegen. Ready to print. Hat die Wobbly-Zeitung ein Gebäude? Anders hätte ich gesagt, das ist der Postjob. Aber da sind die ja schon geprintet. Hä, ja, aber normalen Postjob. Ach, das ist der Postjob. Ah, hier ist ein Drucker, tatsächlich. Okay. You've done better than I thought you would. But this last clue is too clever for you. A loop is where the last clue is. Small balls I draw. Watch them go with. Ja, das ist der Golfplatz. Ich weiß das nämlich von meinem Short, wo wir Loopinges gefahren sind mit dem Spielzeugauto. Ich musste da mies lang überlegen. Wait. Als ob. Vielleicht war es auch ein Blitz, weil ich habe gerade so eine Schwarzenlaterne umgefahren. Dann wurde ich vor einem Blitz getroffen und jetzt bin ich auf Stufe Dunkelgrauen Dampf. Also vielleicht. Können Blitze einen immer schon selber treffen und dann wird man genockt? Nee, wahrscheinlich ist es auch neu so. Ich habe ja, ja eben, mein Wagen wurde ja auch gerade kaputt gemacht wegen dem Blitz. Interessant, okay. Ja, okay, würde Sinn machen, weil es Wetter hat ja generell so ein Update bekommen. Ah, hier ist die Clue. Oh, ich denke, ich werde das fast. So, ich habe keine mehr Clues. Aber ich werde mich nie finden und ich habe die Hände. Wait, look. Ich habe es von Ice Cream World. Vielleicht habe ich Wobbly- Ich habe es von Ice Cream World. Okay. Dann gehen wir uns in den Ice Cream World. Welcome to Wobbly Ice Detective. Du hast eine Stolen Hände? Ich habe es in eine Hände. In eine Hände? He came in and made a big Ice Cream Order. It was such a big order, he could barely carry it. He left only a few minutes ago. Dann müssen wir wahrscheinlich die Eisspuren folgen. Ja. Also, a trail of footprints look like they're made of ice cream. They may lead us to the suspect. Da ist eine Fritze. The footprints end in this puddle. The water must have washed all the ice cream of his feet. Okay, dann fragen wir uns an Wobbly-Markt. Hallo. I haven't seen anyone like a hat, but check out my crazy Dias. Nee. Das ist bestimmt so ein Typ, der so 100 Jahre Garantie will extra preis nur für dich. Ja, ja. Oh ja, so I saw him probably with a hat like that, with a lot of ice cream. I see him around here a few times. I think he lives in a blue apartment on the beach by the bridge. It's down that road. Blue apartment. Ah, hier ist ein blue apartment. Okay, jetzt kann man so endlich ins Haus rein. This looks like the right place. Now which apartment does he live in? Soll ich einfach an jeder Tür klopfen? Wahrscheinlich. Ja. This door is locked. Can't you see I'm busy? Also der Typ im Chicken-Kostüm sieht schon mal sus aus, muss man sagen. Ich weiß nicht mal, dass er einen Skipt in Wobbly hat, hätte ich gesagt. Wait, quick the wonderful Wobbly-Quiz is on. No, I don't know who you're talking about. Wann, die sind alle so unfreundlich hier. Oh, exciting. I really have detective. Oh, it sounds like the boy who lives at the end of the hall. He's a strange Wobbly. Good luck with your investigation. Keep out. Okay, hätte man sich denken können. Und die Tür ist als einzige nicht verschlossen, oder was? Und da kann man einfach so rein. Okay, er war gerade am gaming. Ah. Oh no, you found me. That wasn't part of the plan. But I was so clever. My mom is going to be so mad. Here, take the hat back. I promise I won't steal anything again. Especially now that you detectives are so clever. Okay. Good. Hut acquired. We powered back to the station. On my way. So sieht übrigens das Sofa-Auto aus. Das habe ich im letzten Video rausgeschnitten, wie wir das gefahren haben. Aber ja, es ist nicht so spannend. Fährt sich ziemlich scheiße, um ehrlich zu sein. Und macht ziemlich nervige Sounds, um ehrlich zu sein. What? Das war nicht Teil des Planes, das siehst du dann im Video, Dolby. Ah, es ist ein Hut wieder. My hat. Good work. I really appreciate this, Detective. We've informed the suspect's mama about his antics. She's promised he'll be grounded for a month. Oh no. I don't think he'll be stealing anything for a while. Come back to the station tomorrow. Was he as of tomorrow back coming? Ah, wallah. Ja, okay. Okay. I'm so glad you're here. I tried to cut my own hair and... Well, you can see the results. It's a mess. No one's going to warn me to cut their hair when I look like this. Now you've got to fight me awake. Maybe you could fight one at the TV studio? Please hurry. Sorry. Okay, wir müssen ihm eine Perücke finden. Ich finde, er kann sich einfach eine Glatze rasieren. Dann sieht er sowieso aus wie jeder normale Wobbly. Ach, ist das einfach so ein random Item oder was? Ja. Ich dachte, die leuchtet irgendwie so wie die Noten von dem Typen. Wie die Clues. Was ist das? 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 Ich glaube, sie finden wir nicht wieder. Ah, hier ist ein komplett unfasserer Typ. Hey, du. Du lachtst wie ein leichter Wobbly. Ich denke, du kannst mir mit einem kleinen Job helfen. Mit mir in dieser Tür und ich gebe dir eine Liste. Oh, der steht da noch davor. Geh halt rein. Ach, der ist ziemlich sus. Okay, listen up. I have a delicate meta. I think you can help me with. I need you to return this diamond to the bank vault. Don't ask any questions. Be careful, there is Gaspatron in the corridors. Der ist ziemlich... Huh? Warte. Yo. And a laser security system. Yo, laser beam. Und ich schreibe das nämlich nicht mit Chat, glaube ich. Hey, look up for any key cars. You need them. Good luck. Okay. Wups. Oh shit. Okay, das wird ein paar Versuche brauchen, glaube ich. Hä? Hä? Spiel ist ab 6, also muss ich es wohl schaffen. Okay, jetzt bin ich hier drin und jetzt? Das ist ja gleich so ein Schlüssel, den du mitnehmen musst, aber der kann mich auch da drin sehen. Ich weiß. Den muss ich jetzt Schlüssel und Diamant mitnehmen. Also, ich denke. Ich glaube, ich scout erstmal die Mission. Ich nehme jetzt nur den Schlüssel. Warte, bis ihr hier nochmal vorbeikommt. Warte, bis da gerade was explodiert. Kann er mich auch hören? Save nicht. Anscheinend war ich bei Inter. Wer hat den? Haha, er kann mich hören. Okay, ich habe irgendwas geöffnet. Ne, okay, der dreht direkt wieder. Irgendwer schaut nicht mal hier hin. Ist hier irgendwas? Doch, da ist wer. Okay, da hinten ist ein anderer Wächter. Interessant, okay. Oh, da ist ein Geschenk auf jeden Fall. Oh, hier ist eine Bananenschale, die ist ganz gefährlich vor dem Geschenk. Hier ist so eine Chipkarte mit einem Geldsymbol drauf. Die brauchen wir bestimmt. Okay, auf einmal hat er mich gesehen. Okay, geil, jetzt machen wir den Detektivjob. Kein Bock mehr. Welcome back, Detective. We've just had a call from... I won't be up in the mountains. He says this house is haunted. Things keep hurting on their own. Find out what's going on up there. Okay. Was ist hier? The location the call came from. Okay, da in dem Dorf. The location the call. The haunted house. The haunted house. Okay. We have to go. Let's go. Let's go. Let's go. Ist hier, oder? Weil die ist ja der Sterne. Ja, direkt unter uns. Among Us. Okay. Drei. Wo? Ah, das grüne. Da ist auch so. Da ist direkt so keller eingegang. Ja, ja. Took you long enough. You gotta help me. This house is haunted. Ah! Things keep happening on their own. I need to find out what's going on. Oh, I said something's upstairs now. I'm going to have to move. To a new house, aren't I? Okay. Aber hier was interakt. This TV looks like it's been tampered with. But it looks... Too tiny to see. Das war my longest step. Weil das ist zu small to see. Ja, das ist immer zu small to see. Wird man da irgendwie noch geschrumpft? Warte, ich muss... Okay, siehst du mal zur Durchsuchung? Hier ist nix. Weiter. Ah. Wo war ein Buch? These books are fallen off their shelves. This must have been what made the noise. But any clues how they fell are too small to see. Aber wir brauchen wahrscheinlich diese Specify-Glas. Mein... Mein... Tipp. Das ist ein kleiner Wobbly aus der... Aus der Wissenschaftlerbasis, der geschrumpft wurde. This vibe just knocked power out. It must have been tampered with, but I can't see anything now with the lights off. I should head back down to... Downstairs and see if the Wobbly can get the power back on. Okay. Ich will das auch hier rein fahren. Ja. Okay, hier ist nix. Okay, hier ist nix. Sicher. Ich geh nach oben. Irgendwann ich Downstairs? Ja, aber ich schau nach. Aber hier ist auch nix. Sicher. Please put the power back on. I'm too scared to do it. There's a switch in... In the basement. Around the side of the house. Please hurry. Okay, let's go. Also mein Call... Das ist ein geschrumpfter Wobbly. Oh, hier ist aber ehrlich du... Oh. Fit. Oh, okay. Wait, kann man... Lampe? Oha! Durbi, Lampe. Warte. Ja. Warum hat er so einen großen Keller? Der Homie? Ich glaub, was gibt's hier einen Ring? Ich darf... Top secret. Do not open. Property of Wobbly Labs. Er hat ja auch einen Wissenschaftlermantel an. Das heißt, er arbeitet wahrscheinlich hier oben. Ah, ja. Wahrscheinlich hat er ehrlich meinen kleinen Bubbly mitgesmuggelt. Ja, ja. Ja, okay. Jetzt er gibt alles, den er hatte. Ich glaub, du hast ehrlich recht. Ich sag ja, hier Meisterinfektiv Dolo 1. Wie lang? Schenk! Das heißt aber, wir sind auf dem falschen Weg, wenn wir die Quest machen wollen. Ja. Geht's noch weiter? Okay, doch nicht. Geht's sonst noch irgendwo weiter? Sondern noch irgendwo Geschenke oder so? Ich glaub nicht. Also... Ich weiß es nicht. Interact. Oh, jetzt geht's wieder an. Kann ich auch wieder ausmachen, ne? Nee. Okay. Thanks for getting the power back on. I can think more clearly. You say you are struggling to see the clues? I have a pair of magnifying glasses. Nah. Nowhere I put them. Ah, yes. They are back in the box at the attic. Okay. Also ganz nach oben. The guy is on the sofa on the way. Alles anschauen. Woah. These guys will allow me to see. Clues up close. Interact. Don't know. Bleib mal kurz noch hier. Wait, something has been made with a tiny ladder. Maybe they used it to unscrew the light bulb. Okay, okay. Meine Theorie bestätigt sich immer weiter. Ja, okay. Du hast recht. Digga, ich sag dir. Ich bin einfach zu smart. Wollen wir noch irgendwelche Hinweise? Ja, stimmt. Das sind noch die Bücher. There are tiny dusty footprints on the floor. And the ladder on the shelves made with more footprints. Made? Egal. Ich weiß nicht, was ich laber. Someone has been messed with the wires to make the TV flick on and off. Looks like something has tampered with plumbing. And they have left tiny footprints. Okay. You say you found some evidence. Tiny ladder's footprints. What do you mean? Ah. It's happening again. Get over there and take a look. A group of tiny wobblies. They must have been messing with all the objects in my house to get our attention. Oh no. They must be my colleagues. I am a scientist from up on the mountain. Lunchbox. We do all sorts of top secret tests. These wobblies must have got stuck in my lunchbox while we were experimenting. And I must have brought them home with me. They have been trying to get my attention all this time. You must take them back immediately. And the staff here will know what to do with them. Yeah, wobblies. It could be a bit bumpy. But you've already survived. Oh, we are right here at the base. Yeah, yeah. We are not in the GTR. Okay, wait, Dodo. Oh dear. Not again. This has happened before. You sent that lunchbox over to me. Hey, we get those wobblies back to normal size. Thanks for bringing them back. But make sure you tell no one about this place. It's top secret. Yeah, we are already here. Okay. I'm with some things. To park. Yeah. We have to go back. Yeah, carry boat back to the station. Okay, jump. Ah. By the way, when I turned off my screen, he's also green. You see? And yours is brown. Ah lol. Good job, Detective. Another successful case. We sent him a memo to the mountain base, asking him to be more careful in the future. I thought we should never tell. But okay. You're getting quite good at this. I know. I think you'll do another promotion. From now you'll be a senior detective. Let's go. The train gives you access to new hyper-fast police vehicles. You've earned it. And you'll be sure to radio if you get any new ones. So, next update. So, for five months. Super police car, we... Okay, Dodo. What? 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 Oh, was ein Scam. Okay, dann versuche ich es nochmal. Es geht tatsächlich nur nachts. Hallo Tür, geh mal zu. Danke. Geh durch, geh durch Tür, hallo. Nein. Nein. Der hat mich nicht gesehen, okay. Wichtig, wichtig, wichtig. Also, der hat mich schon gesehen, aber... Der war nicht komplett saß. Okay, was macht man jetzt mit der Karte? Wir brauchen die erst am Ende für den Tresor. Nein, nein. Ah, doch. Ich hätte vielleicht ne Diamant mitnehmen sollen. Was ist hier? Ah, hier ist der Counter. Don't mind me. Ich brauche noch die andere Karte. Also, wahrscheinlich brauche ich die. Keine Ahnung. Hallo, Digga. Ja. 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 Okay, die Lasers sind deaktiviert. Gehen wir hier nach dem Diamant holen und den wieder zurücklegen. Interessant. Ich hoffe, der Homie steht hier nicht mehr. Nein. Er sieht mich nicht. Er sieht mich echt nicht. Was ein Opfer. Okay, hier ist der Diamant. Okay, let's go. Okay, der Diamant ist drauf. Jetzt muss ich wahrscheinlich noch wieder rauskommen, oder? Nein, muss ich gar nicht. You did it. Phew, that was such a relief. Okay, I'll explain. I sold the diamond from the bank. Then I felt he guilty and decided I wanted to put it back. But I've been caught stealing before. And if I get caught again, I'd be in real trouble. So I got you to put it back instead. And a great job you did too. This is the reward. Thanks, Lady Wobbly. Vault Head. Das war's. Ernsthaft? Okay, das soll es mit dieser Folge wahrscheinlich auch gewesen sein. Ich weiß, mir fehlt noch eine Folge. Beziehungsweise eine Task von einem NPC. Aber die habe ich nicht gefunden auf die Schnelle. Und jetzt will ich erst mal das Video schneiden. Wahrscheinlich kommt ihr noch in einem Short oder gar nicht. Mal schauen. Bis dann. Join me im Discord-Link in der Beschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.